Musik Langsam erliegt Ray der Dunkelheit und auch Thomas wird vom Succubus angezogen. Warum nur sind wir an diesem verfluchten Ort gekommen? Ich habe sie gedrängt zu gehen, aber meine Brüder stehen im Bann des Call of Juarez. Es geht nicht nur um das Gold, es geht um das Mädchen. Es macht mir Angst, wie Ray sie ansieht. Und auch wenn Thomas seine Gefühle noch nicht gezeigt hat, kann ich sehen, wie sie ihn ansieht. Ich fürchte, was in Arkansas geschah, wird auch hier geschehen. Musik 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 Sag Bescheid, wenn du fertig bist. Mendoza erwartet auf uns. Wir haben Zeit. Musik Oh nein, das ist kein Ort für uns. Musik 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 Was ist das? Das ist ja noch! Dünabit! Feigenlegen! Dünabit! 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 Ich bin hier. Hey, Gringo! Schätze, wir sind jetzt die Einzigen hier! Wir sehen uns in der Hölle, missen Kerl! Wir sehen uns in der Hölle, missen Kerl! Nein, jetzt werdet ihr bezahlen! Wir sehen uns in der Hölle, missen Kerl! 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 Wir sehen uns in der Hölle, mit dem die Große zu sehen! Die anderen Männer sind hier. Ah! Ich habe die besten Pistolen und Gewehre in diesem Teil Mechikos. Ich habe die Karte und Gewehre in diesem Teil Mechikos. Ich habe die Karte und Gewehre in diesem Teil Mechikos. Ich habe die Karte und Gewehre in diesem Teil Mechikos. Ich habe die Karte und Gewehre in diesem Teil Mechikos. Ich habe die Karte und Gewehre in diesem Teil Mechikos.